Ach komm, ich probier's jetzt. Ladies and Gentlemen, hier ist Unges, der mein Schnaps probiert. Ich hab ja auch Alge hier, aber ich hab's noch nie probiert. Ach komm, ich probier's jetzt. Wann soll ich's denn mal probieren? Ja! Ich muss das richtig sagen. Weißt du, was die in der Flasche hätte einbauen sollen, wenn du aufs Licht drückst? Ein Stromschlag. Ein schöner Stromschlag. Oh. Okay. Ja, es riecht sehr nach so... Es riecht nach Leben, Junge. So ein bisschen nach so einem... Am besten rotzst du noch gleich rein, Junge. Hast du Auswurf oder was? Gönn dir. Aber ich muss sagen, ich find das vom Geschmack her tatsächlich ganz lecker. Ich find's lecker tatsächlich. Oh Gott, ich merk's schon. Ich bin besoffen, es wird ein Drunkstream. Schalalala. Schalalalalala. Ich stehe an der Bar. All was seh ich da? Let's go saufen. Per? Ich bin besoffen. I-Bde Trustee. Das war Tag.